Also das FLIP finde ich super, wenn man auch Sachen zum ausprobieren, zum angreifen hat, weil es super handlungsorientiert ist. Ich denke, dadurch, dass es hier so abwechslungsreich ist, ist die Aufmerksamkeitsspanne viel größer, als wenn wir das trocken in der Schule durchnehmen. Solche Angebote wie FLIP sind sehr, sehr wichtige, unterstützende Möglichkeiten zum klassischen Unterricht. Was da wirklich fundiertes Finanzwissen und Finanzbildung stattfindet, welche gelebt wird und welche auch von den Kindern auch einfach auch erfahrbar gemacht wird und wo man auch darüber nachhaltig auch im Klassenzimmer weiterhin auch reflektieren kann. Ich finde das extrem wichtig, weil das die Kinder auf den Alltag im Erwachsenenleben vorbereitet. Es ist natürlich etwas, das im Gedächtnis bleibt. Schulden, Jugendschulden, Gender-Wage-Gap, Altersarmut, das sieht sich halt durch das ganze Leben und wenn man da einfach ein gutes Fundament hat, hat man einfach starke Möglichkeiten auf ein selbstbestimmtes Leben. Und sie bekommen die Informationen, die sie für ihr Leben brauchen, für Entscheidungen, die sie treffen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Jugendlicher wäre, ich würde hier mit offenen Augen durchgehen und würde mich riesig freuen, dass ich hier die Dinge lernen kann.